ja servus das geht meine lieben leute willkommen zurück zu einer weiteren folge hier auf meinem kanal und zwar ein weiteres video und zwar spielen wir Trawlland ja das ist so ein abklatsch von grounded jeder müsste grounded ja irgendwie kennen nur grounded ist ja auch mehr so lustig klar glaube ich jetzt mal und das ist mehr so ja mich ist nicht gehalten keine ahnung wie ich das erklären so dann hast du ja mehr so so die kina und ja das hast du wirklich richtige keine ahnung also bewertung auf steam so gut sein also sehr positiv allerdings ist halt auch wenn viele dabei die sollen so war man wird alle fünf meter angegriffen und so die test wird jetzt nicht das wird jetzt so lange seiner dg natürlich erstellen okay die haben sogar nicht was das denn für ein hässliches ding hat der denn für wollen okay körper körpertyp die die ernsthaft merkte was war der unterschied zwischen männlich und weiblich ist gar nicht gegeben guck mal wenn nicht dort fünf spitzer ziehen dort das ist ja okay das sieht ja gerade aus augenblauen kripp bach ja natürlich ein vor das ist eine vorbeut die die das ist auch kein vorbeut soll ich mal zeigen wie ein vorbeut aussieht der weinorgen vorbeut die 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 gut auch vorbegeheir auch mir auch fiel auch fiel und auch geteet die körper aus gelassen doch fiel auf fahr 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 ja grünes gold habe die hast du gerade geht auch noch durch nie wieder haben nicht gerne schon in der 50 klasse da waren wir verliebt werde für uns die ja... du ogen wie ist ich? okay, ogen Farbe so viel du hättest, dass ich gar nicht es ist okay die Schleckung äh aber ich könnte auch wieder bei dir lassen wir erstmal aus ja, aber in ganz einfach muss ich ja erstmal selber rein kreaturen greifen dich nicht an aber du werf dich bei einem Angriff was? kreaturen greifen dich nicht an, aber du werf dich bei einem Angriff das ist wirklich gelaufen das ist einfach mal so, ne? äh du willst ah okay da nennen wir jetzt wirf mal Reunas Kneipe nef einer Kneipe so, wein auf Kneipe sind oben wieder los du geh musst du dich jetzt hier auf auf mein Schuh setzen hm bin echt mal gespannt wie das Spiel ist das könig waldemarzt ich denke fast hier waldemarzt oh 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 ich kann mich um naja ´rg du kannst da ich habe die waldemarzt in waldemarzt ja dann die ah das ist sehr klar man kann uns das ist das gibt die sentinel würde ja die gewert wird sie habe die aufgabe nicht mit allen mitgegern der forum zu treffen bevor sie den bau verlassen denn ich habe wichtige informationen werde wieder los damit hatte ausschauen nach diesen stadt wurden sie sind überall zu finden und haben nützliche tipps und kriegs zu überleben draußen findest du ob man kerne hey wo ich mal wo ich hergekommen bin also wo ich früher gewohnt habe in nrw also wortland gefahren der riesen die stadt herrn die war keine ahnung zwei kilometer von uns entfernt der hier an der dem ersten tag außerhalb des baus okay ja danke die die das niederland ist reich von natürliche ressourcen und nahrung manches kann nur mit dem richtigen werkzeug abgeerntet werden du kannst verschiedene werkzeug darstellen und natürliche ressourcen zu ernten manche ressourcen können nur mit bestimmten werkzeugen geerntet werden also solltest du nicht oder schlöme mit v as v standen modus an okay also das finde ich schon mal gut ich finde es aber scheiße dass du auf elf alles aufhebst und du hast du du musst es doppelt hast du du musst es doppelt aufheben die gewaltzeiten der scheiß so wieder die zum jürgen so auf jeden fall erst mal knüppeln oder da können wir gar nicht ach so erstellt so vorm her wenn ich hab schon holst du du bist ab geht steig und sich das alles doppelt auf sammeln was geht oder wenn du deine reuen stark zu untersuchst bekommst du ein netzwächteltitel jürgen hallo mal aussetzen die die teure einer mann richtig geld geht jetzt da moment die mussten bei den flaschen gucken wie spät an ist drückt ab zu öffnen sind wir uns aufs rachloch danke welche ziel kaufen kommen und wenn die um die rede des königs nichts gegen mich aber benutzt du antifa thema kann ich überhaupt da unten oder ist dann dafür dass wir oben wird ja wie viele scheiß statuen sind denn hier ok dann sind wir doch mal ein ich bin ein glasster fadig fadig waknupu muss na nukumma wie wir hier aus 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 das ist auch nukumma dann ameis oder so war wirklich schön in die fressie einer hat eine holz okay wir haben jetzt den knüppel verklammern die wir sind fertig und es geht wenn du vor ort ein großes phänomen drauf dann bist du schön für deine frau so dass man die den art gegangen ist so man kann du die die damit bei die aber alle fahrt das schreckt du das essen in der wurzelkaserne ist in der zeit ziemlich fahrt ein gutes mit meiner schwester oder für frische insectleid oder was hat wenn sie die bingang ja die ist komedien meine dankeschön oder wiedersehen was hat ja wo ist die schmeldet fentanyl kauf all you need for speed you pay us this is a good day that ah okay y'all is this funny axis jetzt mal das gewisse funktionieren das heißt nicht funktionieren brauchen sie klont hat man dass sie die Leute sind so macht es hier noch die field over the service name hey look at you well and your biggie don't go yeah we do seen walk on the other off that's their amigo go does very mean jedoch an fünf an die das holz kein ganz viel wie viel wie viel kann ich denn mitnehmen aber kann ich das hier abpacken leave it for these moment when someone did okay to a partner the last one of the amiss this is the other one I think the mob is enough that other we do I already do kinds of my gun should assume you want to song first empty up with a man okay also kann man das alles wirklich schon in der augenwelt kommt besichtigen hier alles und das wäre aber das glaube dass wir aber schon die winz kaufen und die über geht es bis zu nennen kann ich die was trauen ja danke für die johannes will ich weiß nicht wo er sich hinsteckt aber sei mir gegrüßt vorkommen im übrigen ich bin auch man erhören ist monique robin doch die meisten vom kleinen folg nennen mich einfach die grüße übrigens erneut aus lerne was kann ich für dich tun darf ich mich noch etwas fragen wenn es du mir wohl eine rüstung an euer gewiss vor doch dazu musst du mir alles nötige material wohnen father mich auch ganz viele fahrzeugen doch hier die die ist überhaupt der problem er wird als student sonst noch so so tell mich hier wenig was auch was er doch ist die wir ist denn da sind scheiß diese vorzunehmen er wollte in der höhle am fuß des hildes da glaubt man ist überall gut hat man hier irgendwo so christlingen oder so ach da ist das denn für komischer gobelin was ist okay nehmen wir alle mit ne aber kann ich sagen ich bin dann auf die einste nun eingabe die ddbg haben wir auf einer andere sache ist nicht in benutzung nein dann machen wir das jetzt ganz alt doch drucken egal dass auf da machen wir dann waren wir interagieren auf e und loben auf f so dann ja schon viel besser die lieb schon viel viel besser versuchen auch das auch immer auf auf ist noch keine wohnung wird die heute hier am wochen sind so kann ich kann man es so schön ach so toll man fragt jeder sorgers schön schön zu wissen wie mich ist aufgesehen der trinkt ja schon wieder blühen sind dort da war na ja schon wieder nicht wie ich ob du aufnehmen wo kommen wir denn ein gewinnen wo habe ich jetzt mein ja das ist noch zu wissen dass du hier so gegen diesen kleinen käfer spielst aber denn die schrift angeboten viele vermerkereien also davon was ist das hier kann ich denn da anzugung ok da muss ich sagen oder hast du mir zu sagen als allererstes nur erst mal gucken ja insekten reihe kann man ablösen wie kaum noch den essen abendsblick die ausmacht ist vergessen da drückt das nächste punkte ja gut ich merke das game das nicht so ein bisschen so ein bisschen schwimmen kann man nicht gehen also vor unter und nicht sofort war so das war im ersten moment so aus als könnte er finden oh mein gott was bist du denn für ein lud aber wo ist der älteste vorhaut endlich mehr vormut endlich bist du da ja älteste was machst du denn hier in diesem da war der gewählte letzte kreber fester für die tour des politikers ist verschwunden ha 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 die erste bunte bestehende versuchen die tour nie zu öffnen dann hat sich was ja es ist auf jeden fall viel sex das ist schon mal gut ja und waren verschiedene berichte von den wäldern des ballons hausen offenbar sind einige kreaturen dort ungefüllt aufgebaut haben dass sie suchen diese rieche auf und die behauptung auch okay ich werde sie dann darf ich die dann alle knüppeln ich werde sie dann alle knüppeln in dennoch ja da kann ich mir die alle knüppeln ne schlug ja okay gut wenn ich es gibt es doch kann ich mir hier was ist denn hier die kann ich nicht man play on smart jetzt da und dahin ja wie geht es mal erst mal hier so ein bisschen ist das denn für eine riesenbrille sagt die eigene erbnis verlaut die truhe scheint aus einer russ gefährlich sind doch das ist die art das ist die truhe die die gibt mir nussknacker und ich würde nach der ding ist in 30 sekunden auf wiedersehen also es macht schon spaß das game davon ab jetzt ist halt die frage was mit dem jungen ist ob man halt wieder nur alles am muten ist aber ob man 80 prozent am muten ist oder 80 prozent am kämpfen müssen wir haben bis dahin einzigen kopf ja 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 mal falls die klingeln hier ist in die mann schweigt über den pitt Yo 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 Ich Ich Okay Okay I'm trying Mechling Nice Das ist Das Okay Das Ich Und so Muss Ideen Da ich einfach glauben kann Da muss ich Ne Die Worte Das Ist auch geil Das ist ne Map Ich habe auf dieser Map nichts angezeigt Hier Da ist Okay Gut Ich verstehe Ja Also Der Die Die Komper Das Kompeten Nürn Seels Da wird nichts Und das ist Begegnet Schmetterling Grainschmetterling Kommen Auf mit der Link. Oh. Come on. Jetzt gibt es in die Auto. Oh, was das denn? Käfer? Oh, gut. Ameisen-Kopf. Ameisen-Space-Board. Geil, Diggi. Ameisen-Vollecker. Wie, 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 wie weiß ich jetzt aus? Wie mache ich nur? Hallo. Kann man überhaupt Sachen ausweisen? Mir aufhauen. Bis jetzt ist das Frischam wichtig. Also, macht Spaß. Es ist nervig, dass du, dass man oben am Kompass nicht regeln. Ein bisschen hart. Ein bisschen hart. Ein bisschen hart. Komm her rüber. Komm her rüber. Oder darf ich hier wieder sterben? Das sieht aber nicht so aus. Da ist eine Winne. Okay, gibt es auch ganz Wins hier? Oder was? Wo ist das? Weiß nicht, da ist doch ein. Was kommt doch noch? Ah, da komm ich gar nicht rein. Was kann ich jetzt machen? Ohne Äpfel. Einfach zu. Um Rostrad. Guck mal, dass ich den... Die haben sie aber echt gut gemacht mit dem Dorfepferl. Oh, ich hau dir wirklich... Ich hau ich schwöre. Ich hau dir ein irgendwo oben, ne? Ach du, Schöse. Wie war ich denn aus, Digi? Ich bin nicht tot. Ja, komm her. Das ist eine Art, Digi und auf die Fresse. Du, ich schöre. So. Hast du davon, ne? Den linken Ei lassen verbreiten. Okay. Ich kann mich aus dem Bein eine Sensor machen. Schaff. Das ist so cool. Und was ist das denn hier? Ein Chernobyl-Pilz? Der fordert Holz bei Uda Besser. Das bin ich. Ein Dief-Pilz. Das ist doch schön. Ja, und dann... Das ist... Okay. Alterkeit haben die Sachen auch. Wie ist das? Es ist eigentlich fast wie... 1 für 1, fast wie Drowedet. Ähm... Es wird dunkel. Und so. Okay. Wie ist das? Einfaches. Ach du Scheiße. Ey, Digi. Entspann dich. Ah. Digi entspann dich. Und da... Ja, jetzt riep你有arks. Oh, das war schon! Also da war es nicht so. Wie ist das? Ah, du zdrowst, was ich? Ich würde mich zusammen schrauben. ist das finde ich schon scheiße ja also schon und aber ich habe mein ganzes im total sogar verloren kann man auch nicht gegen die ausschalten da bietet mir so auf die eu aber auch gut das kauset nacht also wirklich paar sie kunden macht sagt er einfach sovater da ist schon scheiße in wiener servicius und es kommen die morgen ist die hat nix alles keine fackel und zwar kommen jetzt auf der ameisen oral das ist ja man muss mal gucken wo man halt oder nur das erste was ich jetzt gucken ist eingabe mit dem bloppen viel sphund wind drucken rutschen mit retten zieht wurden ja ich keine ahnung fest ist mehr wo man hat der leuner hat den weg vergessen lege war der teelang doch das war gelang das war auf jeden fall die am see wenn ich genau hier war das genau ja 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 so und warum das ist der ist immer noch der wichser das ausgesicht ist immer noch der dann in die wir im order rutsch das bäumt und aktivieren ja die man die hat mir aber guck dir das an daten ist einmal und ich bin tot ok naja bonnakee ulo scheiß dati wiki schon vermuten da geht mir jetzt schon hart auf die reihe warum machen wir nicht jetzt gerade getroffen werden also du dämlich ist egal wir müssen es muss vom schwarfen geschützt sein wenn die wand gelatten aus dann muss ich da jetzt ein haus verbauen oder wie oder was das gehört noch ich kann ich nicht machen ok das ist ja jetzt schon wieder und am ende gebäude kann das so das heißt ich muss er so ein fondament in bauern haben so und dann kann ich kann kann ich kann ich die wochen auch wieder aufheben zu liegen auch die man kriegt also die dieser von 1 2 1 4 der kurma dann brauchen wir uns jetzt hier mal ein bisschen so klar und dann nehmen wir jetzt mal hier gebäude hier kommt eine schöne tue jetzt ist die frage ob wir haben hier ein schönes internet hier dann kommt hier noch mal ein fenster in sagt und der es kommt dann zu so reicht das jetzt zum schlafen oder immer noch nicht wir müssen schlürfen die schützt werden acht jäger jetzt machen wir doch nicht fähig hier muss ich da jetzt nicht in kompletter ausbauen so jetzt okay du bist ausgeruht aber alles die ich will gesagt jetzt tag oder bis es doch immer noch nach kurz nicht verarschen du kannst du dieser tage für mich laufen Ja, ich sehe schon, was er denn? Ja, was er? Ach so, ich bin... Okay, das ist ein Wettbewerb. Okay. Ja, nein, nein. Das war's, was er zuerst einen gefahren? Von Gwander, komm her. Die... 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 Das nicht weh, oder? Nein, mach doch nicht. Auf jeden Fall Leute, wir werden noch mal eine 2. Folge machen und noch mal gucken. Wie das game so ist. Ist, wie das das alles gespielt. Und bis dahin. Das tut's mir lektor, ne 라고... Wie ich euch gefallen habe ich würde. Bis dahin! Ten. Deinem Bases! So!